Heyo! Kleine Eilmeldung. Wer mich gerne unterstützen möchte, kann es ab sofort auf Patreon machen. Dort werde ich euch meine Pläne und Fortschritte zeigen, die ihr sonst später sehen würdet, da ich ja immer im Voraus plane. Auf der Plattform werdet ihr Cosplay-Stuff als aufs Thumbnail zu sehen kriegen. Aber auch Sachen, die nicht auf YouTube zu sehen sind, da sie nicht in mein Schema passen. Aber ich die gerne bauen wollte. Das war's auch schon. Einen schönen Tag euch noch. Weit, Ende und Out. Das war's auch schon. Das war's auch schon.